Mozart und Schikaneder, der geniale Komponist und der Theatermann mit Sinn fürs Populäre. Eva Gesine Bauer porträtiert ein siegreiches Doppel. Künstlerfreunde sind als Team unschlagbar, wenn sie sich ergänzen. Wenn jeder weiß, dass er den anderen braucht. Wie Goethe und Schiller, wie Hofmannsthal und Strauß oder wie Mozart und Schikaneder. Nur weil er Librettist von Mozarts Zauberflöte war, ist Schikaneder als Theatermann nicht vergessen. Für Schikaneder selbst blieb die Zusammenarbeit mit Mozart das wichtigste Ereignis seines Daseins. Bis er verarmt und verwirrt starb, am 21. September 1812. Dass jedoch Mozart durch Schikaneder zu neuem Leben erwachte, versteht erst, wer sich ins Innere dieser Beziehung begibt. Begonnen hat sie in Salzburg im Jahr 1780. Musik Der Mann, der in Salzburg, war in Salzburg im Jahr 1780. Ein Netz für Mädchen, weil ich stelle dich. Ich will sie duzenweise für mich. Musik Der Mann, der in Salzburg seit 1772 das Sagen hat, ist gebildet, genussfeindlich und humorbereinigt. Außerdem muss er sparen. Sein Vorgänger hat die Kassen geleert. Aus Sicht der Einheimischen spart der Fürsterzbischof Graf Colorado dort, wo er ihnen das, was ihre Alltage und Festtage versüßt, versalzen kann. Er hat ihnen die Bälle im Rathaus verboten. Punktvolle Prozessionen, Feuerwerke, Lotteriespiele, Kartenspiele und andere Glücksspiele in den Hinterzimmern der Gasthöfe. Sogar privat sind Spiele nur erlaubt, wenn kein Geld gesetzt wird. Dasselbe gilt fürs Bölzelschießen, eine Leidenschaft der Salzburger. Ein richtiges Theatergebäude samt eigenem Ensemble, wie es andere Städte dieser Größe besitzen, gibt es nicht. Im Ballhaus am Hannibalplatz, wo früher mit Schlägern Bälle übers Netz geschlagen wurden, hat Colorado zwar ein Theater einrichten lassen, aber nur widerwillig, was dem Theater anzusehen ist. Es ist eng, schmucklos und vor allem zu klein für das theatervernarrte Salzburger Publikum. Zu denen gehören auch die drei Mozarts, Vater Leopold, Tochter Maria Anna und Wolfgang Amade. Sie wohnen dem Ballhaus direkt gegenüber, im sogenannten Tanzmeisterhaus. Wenn eine neue Wandertruppe in Salzburg gastiert, überschlägt sich die Neugierde. Im Herbst 1780 tritt hier die Truppe eines Prinzipals aus Niederbayern an, über den geredet wird. Nicht nur, weil er mit seinen 29 Jahren ziemlich jung ist für diese Aufgabe, auch weil er für Furore gesorgt hat. Behandelt jeden Menschen nach seinem Verdienst. Und wer ist dann vor Schlägen sicher? Shakespeare's Hamlet spielte er im Münchner Hoftheater. Die Kollegen dort hatten gehofft, dass der unliebsame Gast während des Stücks ausgepfiffen würde und hatten schon Ersatz parat. Doch er triumphierte. Das Angebot des Intendanten Graf Seeau, die Regie des Hoftheaters zu übernehmen, lehnte er ab. Die abenteuerliche Freiheit mit der eigenen Truppe war ihm lieber als brave Sicherheit. Mozart hingegen hatte vor drei Jahren von Seeau erfahren, für ihn sei am Münchner Hof keine Stelle frei. Obwohl er der Ansicht war, ich würde München gewiss viel Ehre machen. Schikaneder muss Mozart imponieren. Sogar die Theaterkritiker betonen, wie gut er gewachsen sei. Ein viriler Typ mit dunklem Haar, dunklen Augen und braun, kräftigem Bartschatten. Genau das, was der kleinwüchsige, blasse Mozart bewundert, dem mit 22 gerade mal die ersten Barthaare wuchsen. Der Mann aus Straubing tritt auf als ein Mann von Welt. Trägt seidene Strümpfe, Schuhe mit roten, hohen Absätzen, Hosen und eine silberbestickte Weste aus gelber Seide. Einen Frackrock in Scharlachrot, dazu einen dreieckigen Hut mit weißen Federn, an der Seite einen Stahldegen. Mozart muss sein schwarzes Galagewand flicken lassen. Dieser Schikaneder gefällt auch Leopold Mozart. Nicht nur, weil Schikaneder wie Vater Mozart Jesuitenzögling war. Auch nicht nur, weil er die Mozarts großzügig mit Freikarten versorgt. Der Prinzipal hat all das, was seinem Sohn fehlt, obwohl er nur fünf Jahre älter ist. Verantwortungsbewusstsein, eine Hand fürs Geld und einen Sinn fürs Populäre. Leopold Mozarts Sohn hat auf seiner letzten großen Reise den letzten Kredit des Vaters aufgezehrt. Schikaneder steht finanziell für eine Truppe von über 40 Leuten gerade. Er muss nicht nur für ihre Entlohnung sorgen, sondern auch für die Kosten von ärztlichen Behandlungen und Entbindungen, von Transport, Verköstigung und Unterbringung. Mozart hat sich bisher alle Reisen organisieren lassen. Schikaneder ist ein eigener Reiseveranstalter. Dabei hat Mozart Schikaneder einiges an Erfahrung voraus. Er kennt Europa von Wien bis London, von Antwerpen bis Rom, von Zürich bis Neapel, von Mailand bis Rotterdam. Schikaneder kennt ein paar Städte in Süddeutschland, kennt Innsbruck, Laibach, Klagenfurt, Linz und Salzburg. Doch Mozart hat nicht erworben, was Schikaneder, der Sohn von zwei niederen Dienstboten, von Kind an erwerben musste. Pragmatismus. Mozarts größtes Glück ist es, Opern zu komponieren. Dazu braucht er ein Libretto, das ihn anregt, findet er. Dazu braucht er ein Libretto, das ankommt, findet sein Vater. In Schikaneder, der ständig eigene Stücke auf die Bühne bringt, wittert Leopold Mozart einen Textdichter, der seinen Wolfgang in die richtige Richtung bringen könnte. Der Sohn hat gründlich nachgedacht, was in der Musik eigentlich Effekt macht, wie er das nennt. Der Bühnenmann Schikaneder hat es heraus, was aufs Publikum wirkt, lässt Helme und Häuser brennen, sorgt für Donner und Blitz, verwandelt Gefängnisse in Gärten und Ungeheuer in Helden. Doch er weiß, dass er nicht komponieren kann, denn er hat es probiert. Schikaneder ist nicht genial, aber er hat Spürsinn für solche, die es sind. Er hat bei Mozart eine Arie bestellt, als Einlage für ein Theaterstück. Mozart hat Lust dazu, nur keine Zeit. Er ist voll in Beschlag genommen, von dem Auftrag für die Münchner Karnevalssaison ein Libretto des Salzburger Hofkaplans Varesco zu vertonen. Idomineo, Rei di Creta. Am 5. November muss er nach München abreisen mit der unfertigen Partitur im Gepäck. Schikaneder begleitet ihn bis zur Postkutsche. Beide wissen, was sie teilen. Die Vorliebe für Stücke ohne Heerehelden und überirdische Mächte, in denen sich die Zuschauer wiederfinden. Wo nicht die Könige triumphieren, sondern die gewitzten, einfachen Leute. Schikaneder hat den Salzburgern Beaumarchés Barbier von Sevilla kredenzt. Gepfefferte Kost, die Mozart geschmeckt hat. Sie teilen aber auch den Widerwillen gegen eingebildete Italiener. Welsche Isel genannt. Gegen gefallensüchtige Kastraten und gegen alles, was zu lang ist. Bei Varesco ist Mozart sehr vieles zu lang. Und sogar sein bewunderter Shakespeare muss sich in dieser Hinsicht Kritik gefallen lassen. Wäre im Hamlet die Rede des Geistes nicht so lang, sie würde noch von besserer Wirkung sein. Während Mozart in München über Sänger herzieht, denen es an Stimme fehlt, an Technik, Musikalität oder einfach an Vorbereitung, ist Schikaneder mit dabei, wenn im Tanzmeisterhaus mit gefiederten Bolzen auf eine bemalte Scheibe geschossen wird. Das ist neben dem Tanzen Mozarts liebste Freizeitbeschäftigung. Und während Schikaneder mit der Agnes Bernauerin die Salzburger Theaterbesucher so in Bann zieht, dass sie den Bühnenbösewicht auf offener Gasse oder im Wirtshaus zusammenschlagen, arbeitet Mozart daran, das Münchner Publikum zu erobern. Schikaneder beweist, dass er weiß, wie populär sein geht. Seinem Kassenerfolg in Salzburg ist es zuzuschreiben, dass Mozart vom Vater erinnert wird, Ich empfehle dir bei deiner Arbeit nicht einzig und allein für das Musikalische, sondern auch für das unmusikalische Publikum zu denken. Du weißt, es sind 100 Unwissende gegen 10 wahre Kenner. Vergiss also das sogenannte Populare nicht, das auch die langen Ohren kitzelt. Sein Sohn reagiert verärgert. Das lässt er sich nicht sagen, von seinem Vater schon gar nicht. Wegen dem sogenannten Populare sorgen sie nichts. Denn in meiner Oper ist Musik für aller Gattung Leute, ausgenommen für lange Ohren nicht. Mozart reagiert dennoch. Während Schikaneder den Schluss der Agnes Bernauerin ändert und statt der schönen Badertochter den bösen Vizedom ertränken lässt, kürzt Mozart auf eigene Faust Vareskus Text. Vor allem in der Orakelszene, denn die, sagt er, muss eindringen. Amits Untertitelung des ZDF, 2020 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 Doch auf die zweite große Arie der Konstanze warten die Zuhörer vergebens. Schikaneder hat sie durch eine andere ersetzen lassen, denn das Orchester ist nicht imstande, die Martern-Arie zu begleiten. Kann ein Mozart das verzeihen? Er kann, offenbar. Schikaneder bringt eine Oper von Peter Winter, den Mozart hasst, weil er angeblich dem Vater gegenüber seine Konstanze als Luder bezeichnet hat, und eine Oper von Salieri, Mozarts Konkurrenten und erfolgreicherem Widersacher. Stößt Mozart das auf? Anscheinend auch nicht. Seine Nähe zu Schikaneder ist dokumentiert. Am 14. Dezember wird Mozart in die Freimaurer-Loge zur Wohltätigkeit als Lehrling ersten Grades aufgenommen, wo eine Blitzkarriere durchlaufen wird. Und Schikaneder reimt für ihn einen Kettenspruch, wie er für Freimaurer-Rituale gebraucht wird. Wie solch ein Spruch aufgebaut sein muss, kann Schikaneder nicht wissen. Denn noch ist er kein Logenmitglied. Er kann das nur von Mozart erfahren haben. Der beginnt, umgehend den Spruch zu vertonen. Doch bevor Mozart Schikaneder zu seinem Librettisten machen könnte, stürzt Salieri vom Höhepunkt des Erfolges ab. Seine Oper Il Rico dun Giorno fällt durch. Sein Librettista Ponte, dem allein er die Schuld daran gibt, sagt sich von Salieri los und ist nun frei für Mozart, einen attraktiven Partner, denn der ist in Wien begehrt. Als Pianist seiner Werke, nicht als Komponist. Und er hungert nach einem guten Textbuch, weil er als Komponist, nicht als Pianist begehrt sein will. Begehrt ist auch Schikaneder, der im Kärntner-Tor-Theater, wie vom Kaiser gewünscht, ein Gegenprogramm zum Hoftheater liefert. Deutsche Stücke mit und ohne Musik. Sein Haus verbucht viel Zulauf und hohe Gewinne. Zu viel und zu hoch. Denn das bringt Josef II. auf die Idee, dieses lukrative Theater selbst zu übernehmen. Schikaneder muss weg. Und liefert selbst den Vorwand dazu. In Paris feiert seit Monaten das neue Stück von Beaumarchais einen Sensationserfolg. Die Fortsetzung des Barbier de Séville, genannt La Folle Journée ou le Mariage de Figaro. Ein Stoff nach Mozarts Geschmack, der seinem Vater erklärt hat. Das Herz adelt den Menschen. Und wenn ich schon kein Graf bin, so habe ich vielleicht mehr Ehr im Leibe als mancher Graf. Es ist auch ein Stoff für Schikaneder. Anders als Mozart, der spontan meist falsch agiert, ist er ein besonnener Stratege. Er gibt das Stück einem Herrn Rautenstrauch zur Übersetzung, der bei Hof Parteienvertreter ist, zuständig für verwaltungsrechtliche Angelegenheiten. Die Premiere wird für den 3. Februar 1785 angesetzt. Theaterzettel sind gedruckt, Proben sind abgehalten, wie jetzt verkauft. Da wird am Tag der Premiere von der Zensurbehörde die Aufführung verboten. Zu brisant dieses Stück, in dem Verlogenheit, Intriganz und sexuelle Gier eines Grafen durch die Schleue seiner Diener entlarvt werden. Doch wenige Tage danach fragt Mozart bereits bei der Ponte an, ob er aus diesem Stück ein Textbuch für ihn machen wolle. Da hat Schikaneder schon seine Abschiedsvorstellung gegeben, mit der er es dem Kaiser nochmals gezeigt hat. Denn er fuhr mit der deutschen Version von Paisiellos Operkönig Theodor ein Vielfaches von dem ein, was das Hoftheater im Jahr zuvor mit der italienischen Version kassierte. Trotzdem, Schikaneders Zeit als Direktor am Kärntnertor-Theater ist vorbei. Zum Abschied riskiert er, frech wie Figaro, den Kommentar. Mozart würde das sofort unterschreiben. Dass der Kaiser Schikaneder zum Trost einen Posten als Schauspieler am Burgtheater verschafft, ist vordergründig ehrenvoll. In Wahrheit ist es herabwürdigend. Schikaneder wird mit Nebenrollen abgespeist. Was er daraus zu machen vermag, entgeht Mozart und seinem Vater, der auf Wien Besuch ist, nicht. Als Maler Schwindel in Glucks Oper die Pilgrimme von Mekka, zu der Mozart zehn Klaviervariationen schrieb, zeigt er sein urkomisches Talent und wird zum Helden des Stücks. Trotzdem ist Schikaneder auf der Verliererseite. Auch seine Frau hat er verloren, an einen lungenkranken Theaterdichter namens Friedl, der wenig Ruhm, aber Treue zu bieten hat. Schikaneders Anlauf, ein eigenes Theater in Wien zu errichten, wird gebremst. Der Kaiser erteilt ihm die Erlaubnis, eines zu bauen, nicht aber dort, wo Schikaneder es will. Da tingelt er lieber weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Als Schikaneder im März 1786 Wien verlässt, ist Constanze Mozart zum dritten Mal schwanger und ihr Mann durchlebt die letzten Geburtswehen einer neuen Oper. Am 1. Mai, als Schikaneder erneut in Salzburg gelandet ist, geht in Wien der Vorhang auf für Le Nozze di Figaro. Ein italienisches Singspiel in vier Aufzügen, verkünden die Anschlagzettel. Die Musik ist vom Kapellmeister Mozart. Weder der Name des Librettisten da Ponte ist darauf genannt, noch der des Autors Beaumarchais. Was in unserer Zeit nicht erlaubt ist, gesagt zu werden, wird gesungen, kommentiert die Wiener Realzeitung die Premiere. Dieser Mozart kann komponieren, muss der Kaiser zugeben. So gut, dass er überhören will, wie viel Spott in der Arie des Figaro steckt, als er singt, wenn Sie tanzen wollen, Herr Gräflein. Dieser Schikaneder kann nicht komponieren. Nicht einmal kombinieren, muss sein Verehrer Leopold Mozart feststellen, als er in Salzburg das Urianische Schloss hört. Eine zusammengestohlene Oper, wie er sich empört, vom Schikaneder selbst zusammengeschmiert. Doch nichts und niemand kann verhindern, dass Mozart und Schikaneder wieder zusammentreffen. Es ist aber nicht Mozart, der den Freund wieder herlockt. Es ist Schikaneders Frau. Zusammen mit Friedl war sie selbst zur Theaterdirektorin geworden und hat zuletzt mit ihm in Wien das Theater auf der Wieden übernommen. Es befindet sich im Freihaus, dem größten Mietkomplex von Wien, vor den Toren der Stadt gelegen. Die Siedlung ist fast autark. Im Erdgeschoss der sechs Innenhöfe mit Gärten und Brunnen befinden sich mehrere Gastwirtschaften, eine Apotheke, eine Ölpresse, eine Schmiede, eine Schreinerei, eine Mühle und eine Bäckerei, eine eigene Schule und eine eigene Leihbibliothek. Seifensieder, Sattler, Kirschner, Fleischhauer, Zinngießer und ein Händler, der direkt importiertes italienisches Olivenöl verkauft. Über 100 Familien wohnen dort, am rechten Ufer des Flusses Wien. Und noch immer wird das Freihaus weiter ausgebaut. Da stirbt Friedl und Eleonore Schikaneder braucht einen Mann an ihrer Seite, der offiziell das Theater weiterführt. Sie denkt an ihren Angetrauten. Das Angebot kommt Schikaneder gerade recht. Er hat zwar in Augsburg Erfolge gefeiert und auch in Regensburg triumphiert, der Stadt, in der er als halb verwaister Habenichts aufgewachsen war. Vor allem wieder mit Spektakeln in hölzernen Amphitheatern auf freier Wiese. Doch dann ist ihm der vertraute Regensburger Boden zu heiß geworden. Für Zunder haben zuerst zwei Schauspielerinnen gesorgt, die sich an ihm für verweigerte Hauptrollen rächen wollten. Als Bettgefährtinnen von hochadligen Gesandten, die zum Stammpublikum von Schikaneders Theater gehören, haben sie ihn zum Rückzug gezwungen. Dann hat er selbst verbrannte Erde hinterlassen. Das Gerücht, er habe mit der Mätresse des Fürsten von Turn und Taxis eine Affäre, wurde geglaubt. Außerdem drohte ihm und seinem Freund, dem Sänger Franz Xaver Gerl, eine Gefängnisstrafe. Eine Dienstmagd hatte die beiden wegen sittenwidrigen Verhaltens angezeigt. Auch ihr wurde geglaubt. Erst im Jahr zuvor war Schikaneder der Regensburger Freimaurerloge Karl zu den drei Schlüsseln beigetreten. Wie Mozart träumt auch der aufgestiegene Lakaiensohn von einer Gesellschaft, wie sie die Freimaurer in ihren Logen vorleben, wo der Apotheker neben dem Schreiner, der Universitätsgelehrte neben dem Fleischhauer, der Baron neben dem Schullehrer sitzt. Doch dann hat die Loge ihn wegen eines vielaufsehenerregenden Vorfalls für ein halbes Jahr ausgesperrt. Schikaneder behielt den Humor und die Nerven. Der Loge erklärte er unterwürfig im Ton, spottgeladen im Unterton. Habe ich einen Fehler begangen, der der Ehre einer ehrwürdigen Loge zu nahe tritt, so bitte ich um Vergebung. Einen Fehler von der Art, die älter sind als der ehrwürdige Stand der Loge. Wer das Liebesleben des Fürsten kannte, verstand. Und das kannte in Regensburg jeder. Dem Erbprinzen, Sohn seines Logenbruders Fürst Karl Anselm, hatte Schikaneder einen Abschiedsbrief geschrieben, er lege sein Amt nieder, um dem Theater nicht zu schaden. Aber er betonte, Ich verlasse morgen weder Regensburg noch die Gesellschaft. Als der Brief abgegeben wurde, war er bereits auf dem Schiff nach Wien. Sein hart verdientes Geld hatte er der Truppe zurückgelassen. Mitgenommen aber hatte er die vier besten Leute. Den Tenor Benedikt Schack und seine Frau Elisabeth, eine Altistin. Und den Bass Franz Xaver Gerl mit seiner geliebten Barbara Reisinger, einer Sopranistin mit kleiner, hübscher Figur und Stimme. Während Schikaneder den Überblick über seine unehelichen Kinder verloren hat, ist in Mozarts mittlerweile das dritte von vier Kindern weggestorben. Er hat eine weitere Oper mit da Ponte auf die Bühne gebracht, den Don Giovanni. In Prag ein Erfolg, in Wien nicht. Und in Frankfurt am Main prophezeite ein Rezensent, diese Oper werde bald ganz vergessen sein. Seine Begründung, die Musik ist nicht populär genug. Nicht erstaunlich, dass Mozart schnell Kontakt zu Schikaneder aufnimmt, dem Mann fürs Populäre. Außerdem ist es naheliegend. Mozart fühlt sich im Freihaus daheim. Ganz ungeniert, seit sein Vater tot ist. In den Augen Leopold Mozarts wäre das Treiben hier so liederlich gewesen wie die Weberischen, von denen bereits drei hier wohnen. Konstanzes älteste Schwester Josepha, verheiratete Hofer, ihre jüngere Schwester Sophie und ihre Mutter, Zezilie Weber. Der Geiger Franz de Paula Hofer, Josephas Mann, ist einer von Mozarts engsten Freunden. Schikaneders neue Welt ist eine, die Mozart braucht. Hier findet er, was er sucht. Gesellschaft, Fürsorge und jene Ablenkungen, die für seine Inspiration unabdingbar sind. Für mich ist es gar nicht gut, allein zu sein. Alleinsein stimmt ihn traurig und er hat im Trubel mehr musikalische Einfälle als in der Studierstubenstille. Konstanze ist nun zum fünften Mal schwanger und wird von Venenentzündungen gequält. Ist sie auf Kur in Baden, trifft Mozart im Freihaus immer jemanden, mit dem er Kegeln, Kartenspielen, Champagner oder Tokaia trinken kann. Schikaneda ist geschickt in jeder Hinsicht. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als es zu werden. Mozart ist ungeschickt in jeder Hinsicht. Als großer Künstler muss er es sein. Ein Genie montiert und hantiert nicht. Als Mann sagt er sich wohl, muss ich es sein? Madame Leitgep hat mir heute das Halsbindel gemacht, aber wie, lieber Gott! Schikaneda ist in seinem Theater der Vater der Kompanie. Jedes seiner Kinder muss einen Vertrag unterschreiben, wie er in diesem Metier noch nie gesehen wurde und sofort Schule macht. Damit werden einem Ensemble-Mitglied zwar die Gagenfortzahlung im Krankheitsfall und andere Vorteile zugesichert, es verpflichtet sich aber zu Vermeidung des Schuldenmachens, Vermeidung aller Kabale, aller Unordnung, alles Zankes, aller Raufereien, Schlägereien, des Nachtschwärmens, Rollenneides und Rollenstreites. Dieser Vater kennt seine Meute. Und seinen Mozart, von dem die eigene Frau sagt, er könne weder Fleisch schneiden noch einen Apfel zerlegen. Und von dem seine Schwester sagt, er sei sein Leben lang ein Kind geblieben. Mein Schicksal ist leider, aber nur in Wien, mir so widrig, dass ich auch nichts verdienen kann, wenn ich will. Ich habe 14 Tage eine Liste herumgeschickt und da steht ein einziger Name. Suiten. Mozart's alte Verbündete, die adeligen Kunden, die sich früher in die Vorverkaufsliste neuer Werke eintrugen, sind fast alle abtrünnig geworden. Er braucht und sucht ein neues Publikum. Eines ohne Dünkel. Ein Publikum wie das im Theater auf der Wieden bei Schikaneder, wo ein Graf möglichst unerkannt bleiben will, wenn er sich wie der Zimmermann mit schwierigen Händen oder die Fischverkäuferin gekleidet in den Geruch ihrer Arbeit auf die Schenkel klatscht vor Vergnügen. Eröffnet hat Schikaneder seine Ära hier mit einem Stück, das zeigt, er schaut dem Volk nicht nur aufs Maul, er schaut ihm auch ins beklommene Herz. Im Singspiel »Der dumme Gärtner aus dem Gebirge« Text von Schikaneder, Musik von Schack und Gerl, hat er in der Titelpartie wieder und wieder das bis auf den letzten Platz gefüllte Haus zum Lachen und zum Weinen gebracht. Mozart geht nach wie vor besessen ins Theater, jedoch mehr als früher in die Theater in der Vorstadt. Nirgendwo gefällt es ihm besser als im Freihaus. Mozart ist auch dabei, als die erste von insgesamt sechs Fortsetzungen des dummen Gärtners auf die Bühne kommt, die verdeckten Sachen. Kurz darauf erscheinen beim Verlag »Artaria« acht Variationen für Klavier über ein Lied, mit dem Schikaneder jedes Mal Szenenapplaus erntet. »Ein Weib« ist das herrlichste Ding von der Welt, wer's leugnet, den schlag ich, dass Goschen ihm schwellt. Sein »Ein Weib« Untertitelung des ZDF, 2020 Mozart erinnert sich. Den einzigen großen Publikumserfolg in Wien hat ihm ein deutsches Singspiel eingebracht, die Entführung aus dem Serai. Schikaneder kitzelt die Begeisterung für diese Sorte Musik, die jeder versteht, wieder in ihm wach. Und Mozart macht mit bei einem abenteuerlichen Gemeinschaftswerk verschiedener Komponisten auf ein Libretto von Schikaneder. Zwei Stücke steuert Mozart bei. Die anderen Komponisten sind der Tenor Benedikt Schack und der Bassist Franz Xaver Gerl, so wie Schikaneder selbst. Zwei Stücke steuert Musik Musik Das Stückwerk mit dem Titel Der Stein der Weisen oder die Zauberinsel wird kein Renner. Aber es hat Mozart Spaß gemacht und ihn wie Schikaneder auf die Spur einer Mode gebracht, mit der sich derzeit in Wien die Häuser füllen lassen. Angebliche Geheimlehren auszuplaudern. Denn die Leute gieren nach Mysteriösem, das ablenkt von den blutigen Ereignissen der französischen Revolution in Paris. Sie schreien nach Zauberopern und Freimaurerstücken, nach Fantastischem und Mystischem. Und die Vorstadttheater bedienen sie damit. Der Ponte hätte sich kaum für einen solchen Stoff erwärmen können. Aber den entlässt Kaiser Leopold II. im Januar 1791 ohnehin fristlos. Mozart hat mehr als genug zu tun. Im letzten Moment wird ihm angetragen, die Festoper zur Krönung des Kaisers zum König von Böhmen in Prag zu komponieren. Den Auftrag für einen anonymen Auftraggeber, eine Totenmesse zu schreiben, nimmt er ebenfalls an. Sogar die verhasste Aufgabe, für eine Orgelwalze zwei Stücke zu schaffen, die ein windiger Unternehmer im Mausoleum für den Feldmarschall von Laudon abspielen will, in einem Tempel aus Holz und Pappmaché, mit viel Pomp und ohne jeden Geschmack. Mozarts finanzielle Lage ist bedrohlich. Seine Freimaurerbrüder Puchberg und Hofdemel, an die er ständig Bettelbriefe richtet, dürfte er nach den Regeln des Ordens keinesfalls anpumpen. Vom Adel fühlt er sich verraten. Sein ehemaliger Mäzen und Reisegefährte, der steinreiche Fürst von Lichnowski, geht nun wegen nicht zurückgezahlter Schulden gerichtlich gegen ihn vor. Jeder sieht es, Mozart hat sich verändert. Schikaneda hat die Perücke vor vielen Jahren abgelegt. Mozart tut es ihm nach und lässt sich nun mit seinem dunkelblonden Haar porträtieren. Schikaneda hat ebenfalls finanziellen Ärger. Sein Theater wurde verleumdet als brandgefährdet, vermutlich von seinem Konkurrenten Marinelli, und sein bürgerlicher Mitunternehmer, der Vermieter des Theaters auf der Wieden, hat Konkurs angemeldet. Er braucht einen Erfolg, der ihn herausreißt, so dringend wie Mozart, dessen Clemenza di Tito bei der Uraufführung in Prag gar nicht gut angekommen ist. Schikaneda bietet Mozart nicht nur das gleiche Honorar wie der Kaiser für die Krönungsoper, er bietet ihm weit mehr. Völlige künstlerische Freiheit. Die hatte Mozart noch nie. Schikaneda arbeitet mit Mozart eng zusammen am Textbuch einer Märchenoper, genannt die Zauberflöte, noch dazu in angenehmer Umgebung, im Garten oder einem hölzernen Gartenhaus auf dem Freihausgelände. Dort draußen leben die Sänger, für die er seine Arjen komponiert. Seine Königin der Nacht, die Schwägerin Josefa Hofer, sein Tamino, Benedikt Schack, sein Sarastro, Franz Xaver Gerl, seine Papagena, dessen Frau Barbara, der erste Knabe, Schikaneders Nichte Nanni, und natürlich sein Papageno, Schikaneda selbst. Schikaneda schlägt Mozart keine Bitte ab. Mozart wünscht Posaunen und bekommt sie. Er braucht den besten Solo-Flötisten, anders ist Querflöte für ihn Folter. Und er bekommt ihn. Er wird befreit vom Druck, dauernd dramatische Spannung zu liefern. Denn Schikaneda sorgt auch dann für Unterhaltung, wenn auf der Bühne sonst wenig geschieht. Keiner hat mehr Fantasie und keiner mehr Erfahrung, was die möglichen Wunder angeht, ob Ungeheuer oder Flugwerke, Wasserfälle oder Feuersbrünste. Vor allem bringt Schikaneda nichts aus der Ruhe. Die Uraufführung ist für den 30. September angesetzt. Erst zwei Tage davor schreibt Mozart den Priestermarsch und die Overtüre. Das Haus ist bis auf den letzten Platz besetzt, als Mozart vom Hammerklavier aus das Zeichen zum Beginn der Overtüre gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Amen. Mozart ist nervös, wie Zeugen berichten, obwohl Schikaneder jedes Detail des Ablaufes festgeschrieben hat, wann der Donner erklingt, wo der Mondstrahl hinfällt, wo die Knaben schweben. Mozart weiß, dass er hier etwas riskiert, was er noch nie wagen durfte. Er hat sich auf keinen Stil festgelegt, vielmehr die scharfen Kontraste des Librettos in Töne gesetzt. Ein einfaches Lied trifft auf einen geistlichen Gesang, Kindermelodien auf einen Marsch mit Pauken und Trompeten, volkstümliches prallt auf Sakrales, lächerliches auf Feierliches, herzzerreißendes auf Komisches. Im Schutz des Magischen und Mystischen bricht Mozart mit Konventionen und Traditionen. Als sich der Vorhang hebt und Schikaneder im Federgewand den Fußsteig herabkommt, auf dem Rücken einen Vogelbauer mit lebenden Vögeln, macht sich Heiterkeit breit im Publikum. Schikaneder spricht dem Volk aus vollem Herzen und leerem Magen, wenn ihm ein gutes Essen und ein guter Wein wichtiger sind als Heldentaten. Sein gesunder Menschenverstand kommt an. Aber sagt mir doch, meine lieben Herren, warum muss ich denn all diese Qualen und Schrecken empfinden? Wenn mir die Götter eine Papagena bestimmten, warum dann mit so viel Gefahr sie erringen? Das ist der Mann für Mozart. Mozart sorgt für große Kunst, Schikaneder für Stimmung. Doch nach dem ersten Akt ist Mozart noch immer angespannt. Erst im zweiten wird etwas durch die Musik gesagt, was als eigentliches Geheimnis der Freimaurer gilt. Es geht nicht um ihre Rituale, um Äußerlichkeiten. Die sind in einigen Stücken bereits auf die Bühne gebracht worden. Das Eigentliche, wissen die Freimaurer, lässt sich nicht ausplaudern. Das sind die inneren Erfahrungen. Und die zentrale Erfahrung ist das Todeserlebnis, durch das eine Wiedergeburt erst möglich wird. Beim Ritual der Meistererhebung wird der Kandidat in einen angedeuteten Sarg gelegt und durchlebt den symbolischen Tod. Und Mozarts Musik lässt ihn nun diejenigen, die es zu spüren vermögen, durchleben. Der Erfolg der Oper jedoch ist auf etwas anderes zurückzuführen. Sie erreicht alle. Kinder und Greise, Kopfmenschen und Handwerker, die Oberflächlichen und die Tiefsinnigen. Mozart vermeldet Constanze, die nach der Geburt des sechsten Kindes wieder in Baden kurrt. Eben komme ich von der Oper. Sie war ebenso voll wie alle Zeit. Was mich aber am meisten freut, ist der stille Beifall. Man sieht recht, wie sehr und immer mehr diese Oper steigt. Wie hoch erlebt Mozart nicht mehr. So wenig wie das, was aus seinem jüngsten Sohn Franz Xaver Wolfgang wird, den Constanze später nach dem Vater Wolfgang Amadeus nennt. Mozarts überraschender Tod, zwei Monate und fünf Tage nach der Uraufführung, zerschlägt alle Pläne und Hoffnungen. Zurück bleibt ein Schikaneder, der über seiner Verzweiflung nicht vergisst, den Freund auf die einzige Weise zu ehren, die ihm entspricht, indem die bereits vollendeten Teile des Requiems bei den Exequien in der Michaelerkirche aufgeführt werden. Auf welche Gefahr er sich damit einlässt, ist Schikaneder bewusst. Constanze wird ihm nicht verheimlicht haben, dass der anonyme Auftraggeber sich das alleinige Aufführungsrecht hat zusichern lassen. Doch Schikaneder bleibt, was er war. Ein Mann, der Mozart brauchte, um nicht vergessen zu werden. Und den Mozart brauchte, um seine Visionen wahr werden zu lassen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 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 Mozart und Schicker Nieder. Ein siegreiches Doppel. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Eva Gesine Bauer. Es sprachen Irina Wanker, Christian Baumann, Berner Hertel und Alexander Duda. Technik Josuel Teegarten und Cordula Banschura, Redaktion Gabriele Förk. Eine Biografie Emanuel Schicker Nieders von Eva Gesine Bauer ist im Verlag CH Beck erschienen.